Dies ist eine Videoantwort für den Benni von Survival Bushcraft Fan. Ach ok, ich öffne ein neues Projekt. So, dann importiere ich eine MIDI-Datei, die ich zuvor zum Beispiel auf midiworld.com runtergeladen habe. Importieren. Dann nehme ich eine MIDI-Datei, die liegen bei mir 11, dann muss ich ein VST-Plug-In nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal ein Klavier. So, das ist ein Klavier, das nehme ich mal. So, ich nehme mal hier Pop Grand. Guck mal, das ist mein Ding. Zum Spaß. Mal gucken, was. Jetzt muss ich das VST-Plug verbinden. Und dann kann man sich das auch... Hört sich ziemlich blöd an meiner Meinung nach. So, dann gehe ich jetzt wieder ein. ... ... ... ... ... ... ... ... Z-Effekte Einmal wo mein Nest ist. Das hier. Das hier. So. Wo sind meine Prinzess? Nein, nein. Die Large Hall. So. Damit klingt das schon ganz anders. Dann muss ich das Ganze nur noch exportieren. Ich mach mal noch einen kleinen Auszug, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Zum Beispiel in den Bereich. Datei exportieren. Im Medien. Datei exportieren. Audio Mix down. Und dann exportiere ich das. Natürlich hier anhören. Z-Effekte Z-Effekte Buschkraft Ben. T-T-T-T T-T 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 Also gut, weiß bestimmt,